Einfahrt, hier könnte man das Auto unten in die Garage stellen, aber da sonst niemand hier ist, braucht es das ja nicht. So sieht das aus und wir sind hier, die anderen drei sind aktuell nicht belegt, hier wird gebaut. So, hier ging es in die Wohnung über uns, dann haben wir hier Eingang mit Küche, wir haben hier ein kleines Zimmer. Bad mit Dusche, großer Boiler und hier das Schlafzimmer, das große mit drei Betten. TV, einen Schrank und der Balkon. TV, einen Schrank und der Balkon.